bewusst achtsam und spirituell herzlich willkommen bei der 129 podcast folge von seelenschimmer herzensdialoge gespräche mit marisa wir wollen heute im podcast über die energien für september sprechen und bis du jetzt diesen podcast hörst wirst du wissen dass ich kein channeling gemacht habe bei mir mein privat leben ist etwas passiert am tag vorher das mich davon abgehalten hat ein channeling zu machen ich habe das in meinem newsletter auch beschrieben und falls du keine ahnung hast wovon ich spreche dann empfehle ich dir dringend mein newsletter zu abonnieren denn da bekommst du viel tiefere und klarer informationen über das was läuft du bekommst informationen darüber was gerade los ist und genau da habe ich eben auch erklärt was passiert ist weswegen ich kein channeling machen kann und wenn du diesen newsletter gelesen hast dann wirst du auch wissen dass es für mich gerade so ein moment ist an dem ich mein leben etwas neu strukturieren muss und eine zeit in der wir einfach zu hause eine neue struktur haben für uns und einen neuen weg gehen und ganz grundsätzlich passt dieser neue weg oder dieses neue auch sehr gut zu september ich habe wie gesagt kein channeling gemacht ich habe aber die geistige welle natürlich auch gefragt was sind denn für energien was ist los worüber kann ich sprechen und ich will es auch gleich vorweg nehmen ich weiß nicht wie lange diese podcast folge wird vielleicht wird es eine kurze folge und ich will da auch mir keinen stress machen ich habe mir lange überlegt ob ich diese podcast folge überhaupt mache oder ob ich was anderes mache etwas was schon vor aufgenommen war habe mich aber entschieden dass ich es trotzdem machen will und merke aber auch dass es für mich ganz wichtig ist dass ich mir da jetzt keinen druck mache und nicht irgendwie von mir selber erwartet dass die 30 minuten sein muss oder 20 sondern ich mache einfach so viel was ich habe und was ich nicht habe mache ich nicht ich will deswegen eine vertiefung machen für september weil rein numerologisch gesprochen und da meine ich jetzt gar nicht wirklich die information aus der geistigen welt sondern nur einfach numerologie ist september immer ein sehr intensiver monat denn numerologisch gesprochen gibt es ja eine jahreszahl die jahreszahl berechnet sich ganz einfach aus der zahl des jahres also jetzt im 21 haben wir ja die zahl 20 21 das heißt man rechnet für diese zahl für die jahreszahl ganz einfach diese zahlen zusammen das heißt 2 plus 0 gibt 2 dann plus 2 gibt 4 und plus 1 gibt 5 also 20 21 ist ein fünfer jahr und september ist der neunte monat in diesem jahr und wenn wir jetzt die energie des monats rechnen dann rechnen wir die zahl des monats zu der jahreszahl mit dazu sprich wir haben die fünf vom jahr und die neuen vom monat und rechnen 5 und 9 es gibt 14 und wenn man jetzt diese 14 wieder zusammenrechnet weil wir auf eine einstellige zahl kommen wollen dann kommen wir wieder auf die fünf und das ist immer so im september also der september verstärkt immer die energie des jahres das heißt wenn du eine vierer jahr hast dann hast du im september ein vierer monat im vierer jahr ein fünfer jahr wie dieses jahr haben wir im september der fünfer monat im fünfer jahr das heißt diese jahres energie ist im september immer noch mal verstärkt und das führt dazu dass september ganz häufig der monat im jahr ist an dem unheimlich viel passiert und der sehr sehr intensiv ist energetisch gesprochen also der sehr ein intensiver monat ist bei dem sehe sehr viel läuft und bei dem man die energie des jahres noch einmal wirklich wahrnehmen kann und wenn wir jetzt bei der zahl bleiben bei dieser fünf bleiben und du dir die fünf mal sofort einem geistigen auge malst dann siehst du ja auch dass die fünf eine öffnung hat nach vorne und öffnung nach hinten und auch in der mitte steht von dieser fünf bis neun dann steht die fünf ja auch in der mitte und es ist immer so der dreh und angelpunkt diese zahl denn du guckst in die vergangenheit und du guckst in die zukunft und du entscheidest dir was will ich loslassen wovon befreie ich mich und wo will ich hin und genau das ist so die energie in diesem monat es geht um diese freiheit um diese befreiung darum stricke durchzuschneiden die nicht mehr gut für dich sind gleichzeitig aber hat fünf eine sehr sehr schnelle energie es ist ein ganz schneller schneller monat mit einer ganz starken schnellen energie und da geht es darum dass du schnelle entscheidungen treffen musst und dass du auch risiken eingehen muss also du bist aufgefordert mutig zu sein risiken einzugehen und wirklich dem zu folgen was du als dein innerstes wahrnimmst und nicht dem zu folgen was du das gefühl hast was du machen musst und diese aufforderung deinem herzen und deinem seelenplan zu folgen ist etwas was so stark vorhanden ist in diesem jahr ich erkenne immer mehr an meinen studenten und in meinen kursen dass wir nicht mehr nicht unserem seelenplan folgen können es funktioniert nicht mehr uns in eine schublade zu drücken oder in einer box zu drücken die einfach nicht passenden der wir uns nicht wohlfühlen funktioniert nicht mehr wir sind so aufgefordert wirklich uns zu sein und es ist ja so dass wir super stark von außen auch da rein gedrückt werden die strukturen die uns von außen überstülpt werden werden immer stärker und der druck wird immer klarer und immer stärker und da geht es wirklich darum dass du für dich fühlst was ist denn für mich richtig und stimmig ich werde in diesen podcast eigentlich nie politisch aber wir können praktisch nur über politik reden im moment denn alles was läuft ist einfach sehr politisch und es geht darum dass du für dich fühlst was ist für mich die richtige entscheidung was ist für mich die stimmige entscheidung was will ich und nicht was wollen alle anderen und nicht wo das ich mich irgendwo rein drücken das für mich unstimmig ist und auch nicht wo gehe ich in die verbindung die gar nichts mit mir zu tun hat sondern die etwas mit jemand anderem zu tun hat es geht tatsächlich darum dass du für dich selber fühlen kannst was ist meine wahrheit was ist meine realität und du bist jetzt im september ganz ganz fest aufgefordert deine eigene realität wahrzunehmen und aber auch deine eigene realität und dein eigenes glaubenssystem zu leben und wenn ich glaubenssystem sage hört sich das so ein bisschen schräg an weil wir das automatisch mit religion verbinden aber ich meine damit das was für dich dein wahres ich ist das was für dich dein wahres inneres ist und weil wir eben diese fünfer energie haben geht es da ganz fest um loslassen und befreiung und befreiungsschläge auch und diese energie die wir jetzt haben sagt die geistige welt auch das kann sehr schnell gehen also es kann sein dass du richtig hart und schnell entscheidest weil du einfach merkst so stimmt es für mich so ist es für mich richtig und diese energie die da der september mit sich bringt erfordert sehr sehr viel bereitschaft zu innerer eigenen wahrheit es erfordert sehr viel bereitschaft wirklich hinzugucken und für dich zu entscheiden das ist das risiko was ich bereit bin zu nehmen und das ist das was ich bereit bin loszulassen und so bringt diese september energie viel klarheit und sehr viel aufforderung mit sich sie bringt mit sich dass du mutig deinen weg ist und vorangehst und mutig in diese freiheit gehst und diese paradigmen die vorhanden sind loslässt dass du mutig sagt nur mit dem spiel da mache ich nicht mehr mit auch wenn das vorübergehend bedeuten könnte dass du damit erst mal eine runde machst oder dass du erst mal aussetzen musst oder dass du konfrontiert bis mit menschen die da nicht einverstanden sind damit das ist in ordnung denn du bist deiner eigenen wahrheit treu geblieben und dieses der eigenen wahrheit treu zu bleiben das bedeutet auch ganz ganz genau in sich hinein zu gucken also wirklich auch diese introspektive zu leben die immer mal wieder die aufforderung hat gelebt zu werden oder die immer mal wieder mit sich bringt gelebt zu werden diese introspektive zu leben und genau hin zu gucken eben was deiner seel die denn sagt und es ist eine solche herausforderung des zu hören denn wir leben in einer zeit in der sehr laut ist die ganze zeit es ist immer irgendetwas von außen was passiert es ist immer irgendetwas wichtig und die seele ist in den letzten monaten immer lauter geworden und immer vehementer also wenn du nicht aufpassen wenn du nicht zuhörst dann wird deine seele dir ganz klar sagen hey hier geht's lang da hör dich mal hier um oder hör mal das und wenn du aber lernst in diese introspektive zu gehen wenn du lernst in die ruhe zu gehen in die entspannung zu gehen und in die wirkliche öffnung für dein wissen für dein sehen wissen und für deine seelenplan dann wirst du erkennen dass darin eine große große ruhe ist eine große große kraft und einen inneren frieden von dem du vielleicht gar nicht weißt dass er in dir vorhanden ist und aus dieser ruhe und aus dieser kraft wird dann das leben einfacher denn du beginnst eben auf dich zu hören und auf das zu hören was für dich stimmig und richtig ist und nicht mehr dich verunsichern zu lassen von dem was in außen passiert und trotzdem ist aber der september ein monat in dem du gerade in der richtung noch mal richtig gefordert wirst denn das was im außen passiert wird sehr laut passieren es ist kein leiser monat es ist kein sanfter monat es ist ein lauter monat es ist ein monat der seine bedürfnisse und seine information und das was er zu sagen hat sehr sehr laut mit dir teilt und diese eigene ruhe zu finden und diesen platz der ruhe zu finden kann ganz schön herausfordernd sein wenn sie im außen so laut poltert und trommelt und brüllt und wenn ich der geistigen welt zuhöre dann geben sie mir eine spannende information nämlich dass es eben dieses laut und dieses leise auch zum september gehört denn es geht wieder um darum dass du diese beiden extreme hast und dass du diese beiden extreme in dir vereinen kannst ohne dass du dich davon total durcheinander bringen lässt sondern dass du wirklich dir sagst okay ja es ist laut im außen und ja ich will trotzdem meine seele hören und ich will die ruhe hören und ich will das leise hören und genau da geht es darum für dich eine gesunde balance zu finden und diese gesunde balance ist eine ganz schöne herausforderung und das dann auch zu machen in einem monat der so viel veränderung mit sich bringt wieder september naja das ist ganz spannend weil die geistige welt sagt ja das ist so ein bisschen ein ungeduldiger monat ein sehr lebhafter monat ein monat der sehr sehr viel veränderung mit sich bringt bei dem du häufiger einfach funktionieren musst und nicht wirklich überlegen kannst und gleichzeitig sagen sie uns aber auch hey bitte geh in die ruhe bitte geh in die in die harmonie bitte geh in den frieden höre auf deine seele und du merkst schon dass es so ein bisschen eine dissonanz gibt zwischen diesen beiden extremen die wir da haben und vielleicht kannst du das auch fühlen vielleicht fühlst du auch dass diese veränderungen die da kommen sich noch nicht so konstruktiv anfühlen wie du das gerne hättest sondern dass sie sich im moment etwas destruktiv anfühlen und da bist du extrem gefordert dass du eben in eine konstruktive auseinandersetzung mit den energien gehst auch wenn du merkst ich bin super ungeduldig oder ich bin super unruhig und ich könnte im quadrat hüpfen dann geht es trotzdem darum dass du eben nicht ständig reagierst sondern agierst also dass du nicht in eine reaktive haltung kommst das ist nämlich immer eine passive haltung und auch ein bisschen eine defensive haltung sondern dass du aktiv bist dass du sehr sehr bewusst entscheidest dass du die entscheidungen und die veränderungen die du jetzt angehst konstruktiv machst und planst und egal wie laut es gerade im außen ist und wer dir ins ohr brüllt und von dir irgendwelche entscheidungen erzwingen will die du nicht treffen willst geht trotzdem deinen eigenen weg und ich komme wieder so ein bisschen zurück es kann sehr politisch werden es kann sein dass dir leute sagen dass du dich asozial verhältst weil du etwas machst was für dich stimmig ist dann ist es einfach so dann verhältst du dich in deren augen asozial vielleicht sind die in deinen augen auch asozial also bitte vertraue auf dein inneres gefühl und wenn dein gefühl dir sagt nein dann mach nein und wenn dein gefühl sagt ja dann mach ja und wenn die anderen im außen brüllen ja 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 und dein gefühl dir nein sagt dann mach trotzdem nein es ist aufregend diese monat ist aufregend und ich fühle auch dass der september ganz stark von dir und mir und uns erwartet super super authentisch zu sein super ehrlich zu sein in dem was wir sind super super klar und uns nicht verunsichern lassen denn diese unsicherheit oder diese unruhe die da im außen herrscht wird immer stärker und das muss immer stärker werden die erde muss immer stärker ins wackeln kommen es ist ein gefühl als würde jemand mit großen händen an diesem planeten schütteln das muss so sein denn erst wenn es richtig unbequem ist sind die menschen bereit etwas zu verändern erst wenn es richtig unangenehm wird können wir sagen okay jetzt bin ich jetzt hüpfe ich jetzt bin ich bereit etwas zu verändern und dieser impuls von innen schau dieser impuls von ja aber du musst reingucken der ist so stark dass du ihn eben nicht 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 hören kannst er ist so stark dass du ihn nicht einfach ignorieren kannst sondern er ist da und dieser impuls der will gesehen werden und noch etwas bringt september mit sich nämlich ganz gegen ende des monats wird der merkur rückläufig und da geht es darum dass du dich vorher gut organisierst der rückläufige merkur ist nicht schlimm er ist einfach ein bisschen anders und damit du nicht überrascht bist oder plötzlich probleme hast mit einem computer macht es ganz viel sinn wenn du deinen computer vorher einem update gibst oder wenn du mal guckst dass du deine unterlagen auf einer externen festplatte oder auf einer cloud gespeichert hast und dass du dir für deine reisen mehr zeit einplanst also wenn du jetzt gerade eine reise hast ende september dann plan dir vielleicht ein zwei stunden mehr ein damit du nicht überrascht bist es nicht tragisch wie gesagt ich finde den rückläufigen merkur super da kannst du nämlich projekte abschließen gleichzeitig aber braucht es einfach ein bisschen zeit mehr genau und auch da geht es ja auch wieder um die innenschau also was die geistige welt schon sagt es ist so wichtig nach innen zu gucken der rückläufige merkur wird das auch noch mal unterstützen also gerade die letzten tage im september da kannst du diese ganz starke innenschau noch einmal richtig intensiv wahrnehmen und fühlen dieses wahrnehmen und fühlen der energien wie sie sind und wie sie sein könnten und wie sie sich verändern auch das ist etwas was du sehr 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 stark wahrnehmen kannst jetzt im september es ist ein monat der viel veränderung mit sich bringt es ist ein ganz intensiver monat und du wirst die intensiven energien auch fühlen können und es ist ein monat der von dir verlangt dass du flexibel bist in deinem denken und aber vor allem auch dass du sehr sehr genau hinguckst was deine realität ist und deine wahrheit ist und nicht was die realität und wahrheit im außen ist von irgendjemand anderem sondern wirklich nur was ist das was für mich stimmig ist da schau gut hin sei sehr sehr sanft und vorsichtig und kraftvoll mit dir selber und vertraue deiner seele die weiß wodurch es geht ich wünsche dir eine wunderschöne woche nächste woche habe ich besuche im podcast von einer studentin von mir die aus ihrer sicht erzählt wie sie die jahresausbildung wahrgenommen hat und warum sie überhaupt entschieden hat sie zu machen du kannst dich also auf etwas freuen und damit beende ich für heute den seelenschimmer herzensdialog die gespräche mit marisa alles liebe dass du dich nicht um die zeitigkeitsgründe und du bist dass du dich ich nicht um das erinnert du dich nicht um das ist dass du dich nicht um das ist Vielen Dank.